Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute mit einem kleinen Ausschnitt aus dem letzten 16-Stunden-Stream. Und zwar Flo sagt mit Snackyboy zusammen aus Black of 2, war echt extrem, extrem geil. Ihr werdet gleich vier Runden sehen, wo wir die anderen ziemlich hops genommen haben, würde ich sagen. Auf jeden Fall viel Spaß damit und ich wollte noch eine kleine Ankündigung sagen. Und zwar am 19.12. am Samstag wird es einen 18-Stunden-Stream von mir geben, von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr in der Nacht auf jeden Fall. Und mit komplett neuem Equipment. Ich habe mir komplett neue Sachen gekauft, deswegen schaltet da gerne ein, tragt es euch im Kalender ein. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Flo sagt, springt zweimal und hockt euch dabei hin. Ich habe mich gefilgt. Nein, das war richtig. Und hockt euch dabei hin. Und, und. Das war richtig. Das war richtig. Flo sagt, stellt euch an diese Mauer hier. Flo sagt, guckt in die Luft. Springt einmal. Flosagt, folgt mir. Bleibt stehen. Ah, wer ist da? Seid Ehre, Männer, wer ist stehen geblieben? Alle, die stehen geblieben sind, kommen jetzt hin. Alle, kommen hier hin. Seid Ehre, Männer. Ah, ich habe euch hops genommen, Jungs. Ah, ja. Flo sagt, kommt mit. Flo sagt, stellt euch hier an die Mauer. Flo sagt, schießt zweimal. Er kann nicht schießen. Schmerz. Flo sagt, hört auf. Kommt mit. Ja, er hat gewonnen. Bruder, komm her. Und zack. Wer hat hier gewonnen? Wer ist das? Oh, Avatar, Junge. Ah, GG. Das ist G, Bruder. Ey, das war eigentlich voll die Schnellung. Ey, Leute, ich habe sie schon gut hops genommen. Digger, und die lege Achse drin, ja, wo sie sind? Ich habe euch zweimal so hops genommen, Jungs, ne? Ey, das ist übelst geil, Mann. Okay, Snack sagt, wir treffen uns in der Mitte. Stellt euch hier an die Mauer. Dann, wenn ich jetzt mal schießen. Ja, die Welt der Erste. Muss ich, eigentlich, ja, er wollte. Ja, er hat sich schon hingestellt. Alter, du musst hier, der schießt. Komm, zieh durch, Bruder. Ja, jetzt ist es schwierig. Jetzt ist sie drin. Snack sagt, springt alle von der Klippe hier. Stopp. Snack sagt stopp. Das Ding ist, die lassen sich halt echt nicht mehr verarschen jetzt. Snacksack, kommt mit. Stellt euch hier an die Wand. Ah, Digga, da waren drei Leute ungehorsam, Digga. Stellt euch hier an die Wand. Snacksack, stellt euch hier an die Wand. Snacksack, dreht euch. Stopp. Du flippst. Du flippst. Nein, du flippst nicht. Oh shit, ey. Verkoste einfach, auf Map zu springen. Digga, das sieht so komisch aus, Brudas. Als ob hier so ein Bein ist, ein Bein und dann hier was dazwischen hängt. Snacksack, sagt. Der eine geht auf die Wand. Auf die andere Seite der Map. Der andere auf die andere Seite. Und dann macht ihr One-on-One. Mit Messer. Snacksack, sagt go. Ne, mit Messer, Bruder. Mit Messer. Hat er kein Messer? Er hat kein Messer. Er hat kein Messer. Er hat kein Messer. Wartet Kurt. Wartet Kurt. Wartet Kurt. Aber. Aber. Er hätte ihn eh weggemacht dann. Ja, ja. Safe. Flo sagt, stellt euch an den Basketballkorb. Flo sagt. Flo sagt, dreht euch zur linken Seite. Flo sagt, dreht euch um 180 Grad. Warte mal, jetzt muss ich mich selber überlegen. Von da? Nach da, ja. Er ist falsch. Er ist falsch. Er ist falsch. Ist richtig, ne? Ja, das stimmt. Ist richtig? Ja, das ist richtig. Hundertprozentig. Wer war da gerade so lost von euch? 180 Grad ist schon einmal in die andere Richtung. Oder war ich falsch? Nein. Digga, 180 Grad ist, wenn du von da nach da gehst. Und die starten zur linken Seite. 90, 180. Flo sagt, jeder stellt sich jetzt auf einen von diesen weißen Teilen mit einem Abstand zum anderen. Flo sagt, dreht euch im Kreis. Hört auf. Ah, da war eigentlich ein paar dabei. Ah, Ehre, Mann. Wer ist es? Ehre, Bruder. Ehre, Ehre. Flo sagt, kommt mit. Flo sagt, geht in diesen kleinen Pool hier. Huckt euch. Flo sagt, dreht euch im Kreis. Schaut in die Luft dabei. Flo sagt, stopp. Flo sagt, hockt euch hin. Zweimal springen. Flo sagt, springt zweimal. Und hockt euch dabei hin. Ah, ich habe ihn gefinkt. Nein, das war richtig. Und hockt euch dabei hin. Und, und. Das war richtig. Woh, noch richtig. Das war richtig. Wer ist ehrlich? Er hat es eigentlich falsch gemacht. Taifung, töte ihn. Taifung, töte ihn. Nein. Nein. Taifung hat sich hingestellt. Ja. Taifung. Also Flo, Digga. Das war richtig. Doch nochmal, Bruder. Dafür hast du so krank gemacht. Flo sagt, wir treffen uns am Brunnen in der Mitte. Flo sagt, stellt euch alle zur Statue und schaut die Statue an. Ein bisschen aufrücken, Leute. Hier steht alles so komisch. Flo sagt, aufrücken. Ich müsste ihn töten, weil er hat sich bewegt, als er noch nichts gesagt hat. Er sagt, so nein, töte mich bitte nicht. So nein, töte mich nicht. Flo sagt, rückt richtig auf. Flo sagt, dreht euch im Kreis. Stopp. Ah, Junkel. Boah, Gluffy wieder tot. Gerade hat er auch schon gesagt. Ist das cold? Ah, Savage Matata. Safe ist das cold, boah. Flo sagt, stellt euch aufs Polizeiauto. Sucht euch einen Partner. Wer da jetzt keinen Partner hat, kommt zu mir. Flo sagt, geht wieder aufs Auto. Ja, Bro, aber du hast doch gesagt, theoretisch müsste ihn jetzt töten. Warum? Weil du hast gesagt, sucht euch einen Partner, der, der kein Partner hat, kommt zu mir. Aber du hast nicht Flo sagt gesagt. Aber er ist trotzdem zu dir gekommen. Ja, stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich, ja. Wer ist das hier nochmal gewesen? Einer von den beiden, wer ist das hier? Der, 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 der. Einer, der das hier ist, melde dich mal im Discord. Oha! Bro, der Typhoon. Ey, du, das darfst du nicht. Typhoon, du bist doch nicht da. Typhoon, du bist doch nicht da. Typhoon, du bist doch nicht da. Typhoon, du sterben. Er neigt dir einfach, Bro. Er sagt einfach, ne. Du spielst nicht mehr mit. Flo sagt, kommt mit. Flo sagt, stellt euch hier an dieses Tor. Ich hab ja ihn einfach ausgenommen. Gott, Alter. Flo sagt, dreht euch im Kreis. Springt dabei. Flo sagt, kommt mit. Ich hab was. Flo sagt, einer stellt sich hier hin. Und einer stellt sich hier hin. Flo sagt, auf drei gönnt ihr euch ein Sprintduell. Und wer hier auf meiner Höhe ist, also hier vorne bei der Wand, gewinnt. Verstanden? Dann nickt einmal. Hat er auch genickt? Sei fair. Hast du auch genickt? Avatar, hast du genickt? Ich hab die so hoch genommen, Koopi. Ich hab die so hoch genommen. Hast du genickt? Ja? Hast du genickt? Avatar, hast du genickt? Okay, er hat nicht genickt. Avatar hat gewonnen. Ich hab die so hoch genommen. Pulsier! Macho. Ho. lic. Hicke. Hicke. Vielen Dank.